Gäste noch mal eine kurze Durchsage an alle OPT-League-Fähler, die der Senderbar gestern schon angekündigt hat, wollen wir heute um 15 Uhr draußen vor der Tür unser OPT-Gruppenfoto machen. Alle, alle mit dem neuen T-Shirt, wer kennt's dabei hat, trotzdem alle OPT-Mitglieder nachher auskommen haben, ein schönes Klasse-Toto, bis später, 15 Uhr vor der Tür. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir sollten einige von den Kötern erschießen. Trombley, wie oft soll ich es noch sagen? Wir erschießen keine Hunde. Wir erschießen Menschen. Und wir erschießen auch nur Menschen, wenn es sein muss. Ich habe Angst vor Hunden. Du hast Angst vor Hunden? Wurdest du als kleiner Furz mal gebissen? Nein, aber mein Dad. Er hat ihn gebissen. Da rammte mein Dad ihm die Hand in den Hals und riss ihm den verfickten Magen raus. Wo haben wir den Irren aufgegabelt? Ich stehe auf Katzen. Erwegell Year's? Ich schمiere an den Hals und kenne ein fürs Herz. Erwegelliner. Wenn wir den Kontakt machen, den Job zusammenboren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017